Was sollst du da? Teddy. Teddy, ich bin so froh, dass ich Sie sehe. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Mrs. Mabel, guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte. Wie gefällt Ihnen Moskau? Was führt Sie zu mir? Teddy, John ist verhaftet worden. Morgen beginnt hier sein Prozess. Ich weiß, ich kenne den Fall aus unseren Zeitungen. Bitte, Teddy, Sie müssen mir helfen. Sie sind doch ein guter Freund von John. Sie müssen wissen, dass er unschuldig ist. Ich habe Ihren Mann nur flüchtig gekannt, Mrs. Mabel. Unsere Beziehungen waren rein geschäftlich. Im Übrigen, wenn er unschuldig ist, wird er mit Gewissheit freigesprochen. Wenn er schuldig ist, wird er bestraft werden. Die Voruntersuchung hat allerdings ergeben, dass Mabel ein gewissenloser Verbrecher ist. Schweigen Sie! Sie haben ihn in die Falle gelockt. Sie haben Ihren besten Freund verraten. Der Spion Mabel war nicht und ist nicht, mein Freund. Die Unterredung ist beendet.